ja hallo guten abend so seit längerer zeit melde ich mich mal noch mal jetzt allein also ein zwei dinger schon gemacht wo ich allein war es ist ungewohnt für mich so aber ist ja urlaubszeit und meine momentan nicht so viel zeit zusammen zu spielen so und da wollte ich einfach mal mission mache beim tammy und ein bisschen mit euch schlauere können aber zu gucke ja tammy oder tammy ich finde mal hier wo sie aus der kart scroller ja also einfach so ganz normale mission wie hier die orangen überall zu sehen sind hier und hier tammy zum beispiel ja noch mal jetzt mal einfach die gut da gehen wir mal rein und gucken mal was es schönes gibt hier kollege sieht lecker aus so lecker hier in einem neuen markendiebstahl und dann nehmen wir es mal einfach an und hören wir mal was er sagt ein bisschen wastes disposal problem we're up against we were see we do a lot of trapping yes and try to use as much as we can of course just look at my belly but the trimmings still pile up we've tried burning them out back but they just don't catch that well so if you could source us some oil a whole lot of oil we reckon that might help things along so 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 da wären wir dann jetzt noch mal so, da draus steht natürlich mein falsches Pferd, aber ist egal du schnitzler so, hier ist der echt schon automatisch gelb markiert, wo man hin müsse sind ein paar Meter bei die Ölfelder so dann machen wir uns mal ratz ratz auf den Weg so, wie wir hier sehen wir haben 15 Minuten Zeit knapp 15 Minuten so und dann reite mal wo so wo, wo, wie sehr nebbelig gaul ist zu faul so nicht natürlich nicht heute mit meinem lahmen Gaul das ist natürlich nicht zu prickelnd ich muss sowas sagen ich war die ganze Zeit zu faul wir haben mein richtiges Viertel im Stall abholen zu gehen wo sich mal die Tage mache man sieht man ja, der hatte schon keinen Bock schnitzler schnitzler ich will selber schnitzler kennen der ist auch schnitzler schnitzler so 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 ich glaube schon ein paar Meter so mein Pferd hat natürlich jetzt schon keinen Bock mehr mein Pferd hat natürlich schon keinen Bock mehr so das ist ein bisschen blöder aber da können wir mal gucken, da sind auch grad so gerne wo was zu essen Möre 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 oder Gelleriebe kann man auch im Saarland sein, Gelleriebe so mit Anzügen mal schon wo ist der Kürcher so meine Waffe war nur überhaupt übrigens Lenker ist da repatiergewehr und nicht wo ausgewählt wechseln immer so bis hier durch eine mittlerweile paar Waffe so das kann es ein wenn wir so ganz weit sind holen wir monatlich normalerweise wie ich eigentlich immer schluchter schnitz aber jetzt war aber nix im Meer so ich glaube das war gleich gucken wir mal so machen wir mal so so ich fahre gerade zu da aber mal noch andere Spiele ich fahre gerade zu ich fahre gerade zu ich fahre gerade zu ich fahre gerade zu das ich fahre gerade zu weit so im zu widern so da haben wir ja alle da haben wir noch ein bisschen da plünderen wir auch noch ein bisschen das war ja eigentlich ganz einfach wie gesagt es ist jetzt natürlich nicht normalerweise sollte man ja schon ein bisschen entdecken gehen oder so aber ich gehe immer einfach voll rennen nicht immer aber meistens geht da nicht immer gut aber in dem fall ist es mal wieder gut gegangen weniger stabiles bürscher so da haben wir eben schon mal gesehen dass wir Gürtel der Köln was nicht so gut also und zu wem Fall jetzt und und das war ich mich für die nicht gut zu fahren gut zu sein ich wir gut waren muss man einfach sagen da bin ich schon sehr denn gewohnt so einfach dann bist man doch noch auch geht Aber hier wieder die Markierung, ganz kurz auf die Kart, wobei wir gehen davon aus, das machen wir da zurück zum Ausgangspunktmisse, zum Timmy, so, dann auf geht's, immer schön und gelbe wäre ich nur, so, dann haben wir noch bei vierten hinterher gekliffen, Schmutzler, weil es nie verkehrt, man weiß nicht, was unterwegs passiert, dass der vierten da näher ist, dann könnt ihr das mal auf Besuch kriegen, so, dann dummeln wir uns, oder? Ja, waren zwar noch ein bisschen Zeit, aber, ja, trotzdem aber, ja, ich bin schnell fertig, ich habe ihn zwar jetzt schon mitbekommen, je kürzer die Zeit am Schluss ist, umso größer wird die Belohnung ausfallen, das uns so gehört, das scheint auch so zu sind, und, ja, ah, da hinten auf uns kommt schon einer, da sehe ich kein Wach dazu, so, oh, das hat immer sehr gut funktioniert, zweimal schöner Kopfschuss gelandet, einmal frei, perfekt, ja, wie gesagt, also, wenn man sich für die Zeit lässt, und die Zeit verstreichen lässt, fällt die Belohnung anscheinend ein bisschen höher aus, ja, aber, ich muss jetzt sagen, bei mir steht ja auch doch schon eher ein bisschen das was im Vordergrund, ich bin zur Probe nicht, schnell mal euer Level abhanden, aber, große und ganze, ja, wenn ich eine Mission annehme, dann nehme ich die an, wo wir sie spiele, ja, so, jetzt sehne hier, wie wir es, rivalisieren die Spieler, also, wenn jetzt jemand in der Nähe ist, dann bekommt er angezeigt, dass hier jemand eine Mission macht, und kann mich dabei stören, so, da kommen wir, gerade noch mal zwei andere, Gegner, aber kein gegnerischer Spieler, ja, wie gesagt, jetzt, äh, bin ich sichtbar, dass ich eine Mission angenommen habe, und da kann man die Mission durch Kreuze, so, hier wird schon wieder rot, dann kommen wir wieder Paar, so, perfekt, wieder zwei schöne, schöne Volltreffer gelandet, einmal zwei, aber ein bisschen verkehrt, so, da sieht man hier, also gut fahren kann ich ganz gut, so, okay, du liegst wahrscheinlich im Bett und schlauft schon, aber ich habe ja mal endlich wohlverdienter Urlaub, obwohl schon die erste Woche, nachdem ich jetzt schon fast rum ist, das ist ja klar, Sommerurlaub, der verflieht ja, ups, das kann ich jetzt hier nicht, Szena, ich könnte nicht gut schwachen kann, das ist unglaublich, ich bin echt sensationell, da war ich gerade bisher abgelenkt, so, und, da sind wir schon, dann gucken wir uns mal das mal, durchkommen, und Mission erledigt, halt, ganz einfach, so, gucken wir mal, was mal für Belohnung, ich denke mal, Tammy ist, Tammy ist, Tammy ist sehr glücklich, so, 0,24, 18, eine Viertel und 430 XP, gibt ja auch diese Woche diesen Bonus, ich hab 30 Prozent, wenn es richtig gläsern, ja, das war's, und, ja, bis zum nächsten Video, wir hören uns, ciao, ciao.